Keine Ahnung, was der vorhat, aber wenn du Tommy einen Besuch abstatten willst, sei vorsichtig. Ist gut. Hey. Schön, dass du hier warst. Ja. Danke für die Knarre. Er ist wohl zu Hause. Warte hier, mal sehen, ob er aufmacht. Ich sag's dir, Alter, der Kleine ist ne richtige Schwuchtel. Der hat mich an der Bar blöd angemacht und behauptet, ich hätte seine scheiß Freundin gefickt, bla bla bla. Ist mir scheißegal, ich will über das Material reden. Keine Sorge, alles hier, ich schneid's dir später zurecht. Ich sag dir, wie's dann weitergegangen ist. Ich hab den Wichser dann auf die Straße gezogen mit Randall und Billy. Hey, wir haben die Scheiße aus ihm rausgeprügelt, okay? Er hat sich überhaupt nicht mehr bewegt, verstehst du? Und ich sag dir noch was. Ich hab seine Alte gefickt auf dem Klo. Sie hat mir einen geblasen und dann hab ich... Auch bitte.